Der VfB Stuttgart wird nächste Saison höchstwahrscheinlich in der Champions League auflaufen und muss natürlich auch einen dementsprechenden Kader zusammenstellen. Und dabei gilt es natürlich auf den wichtigsten Positionen im Kader Planungssicherheit zu haben und dazu zählt vor allem die Torhüterposition, auf der diese aktuell so nicht gegeben ist. Denn mit Alexander Nübel ist die aktuelle Nummer 1 nur ausgeliehen vom FC Bayern und die Zukunft ist derzeit noch ungewiss. Deshalb gilt es für den VfB sich aktuell auch anderweitig auf der Torwartposition umzuschauen. Und genau das habe ich jetzt auch mal getan. Fünf Optionen, fünf mögliche Torhüter für den VfB für die kommende Saison rausgesucht, die auf jeden Fall auch realistisch wären. Also jetzt keine Torhüter, die nicht im Ansatz zu finanzieren wären. Das sind schon alles Möglichkeiten, die im Bereich des Möglichen liegen. Zudem habe ich jetzt auch nur ältere Torhüter rausgesucht bzw. ab 28 aufwärts. Da man ja auch mit Dennis Simon ein wirklich vielversprechendes Talent noch in den eigenen Reihen hat. Den man aktuell aber mit 18 Jahren und auch in den nächsten 2-3 Jahren denke ich noch nicht zur Nummer 1 machen sollte. Da wäre eine Übergangslösung, die ich jetzt in dem Video ja mehrfach vorschlage. Definitiv das Beste, auch weil man jetzt europäisch spielt. Vielleicht spielt man es in 3-4 Jahren dann nicht mehr. Und genau jetzt braucht man eben die Qualität im Tor und auch gewissermaßen die Erfahrung, die auf jeden Fall alle fünf Kandidaten mitbringen. Der erste hat noch am wenigsten davon und ist auch noch nicht 28, denn das ist mit Alexander Nübel so eine kleine Ausnahme, den ich hier natürlich schon im Vorhinein erwähnt habe als aktueller Nummer 1, der aber auch zukünftig weiterhin im Tor vom VfB stehen könnte. Denn um seine Verpflichtung bemühen sollte man sich allemal. Bei ihm weiß man, was man hat. Er ist diese Saison ein wirklich guter Rückhalt. Nicht überragend, aber er macht es wirklich auf dem Niveau der Mannschaft echt gut und wirklich solide. Auch im Spielaufbau fällt er nicht wirklich ab und ist da wirklich eine Hilfe. Deshalb sollte man auf jeden Fall schauen, dass man ihn vielleicht nochmal für ein Jahr leihen kann. Dann müsste er aber erstmal bei Bayern seinen Vertrag verlängern oder schauen, ob eine feste Verpflichtung möglich ist. Aber da wäre er wahrscheinlich sogar der teuerste Kandidat der fünf Optionen, die ich hier vorstelle, einfach weil er nochmal ein bisschen jünger ist. Aber wie gesagt, ich denke, da laufen die Gespräche und man wird sich auf jeden Fall um ihn bemühen und man wäre auf jeden Fall nicht schlecht beraten, ihn nochmal ein Jahr zu leihen, falls es möglich und umsetzbar ist. Falls das eben nicht klappt, kommt beispielsweise ein Stefan Ortega ins Spiel, der bei Manchester City ja bekanntermaßen nur die Nummer zwei ist, es aber wirklich überragend macht, sobald er mal spielt, sei es in der Liga ausnahmsweise mal oder vor allem in den englischen Pokalwettbewerben. Also ich glaube, dass er das Zeug dazu hat, bei einem Champions-League-Club-Stammtorhüter zu sein, da sind wir uns eigentlich alle einig. Und er selbst hat jetzt auch schon mehrfach Andeutungen gemacht, dass er schon nochmal gerne Stammtorhüter wäre. Beim VfB könnte er das auch in Deutschland sein, würde sich somit guten Leistungen definitiv nochmal mehr ins Blickfeld der Nationalmannschaft bringen. Die Frage ist halt finanziell, ich glaube, City wird nicht allzu viel für ihn verlangen. Dann geht es halt vor allem um das Gehalt. Ich glaube, Ortega würde da definitiv auch Abstriche hinnehmen, aber muss man halt mal schauen. Wäre auf jeden Fall eine coole Variante, wenn man es finanziell umsetzen könnte. Eine weitere Option stellt für mich Marvin Schwäbe dar, der beim 1. FC Köln trotz Abstiegskampf weiterhin auf einem individuell richtig guten Niveau unterwegs ist und ein echt starker Rückhalt ist, sich zudem seit letzter Saison auch nochmal deutlich mehr im Spielaufbau beteiligt und da wirklich auch in der Hinsicht gut zum VfB passen würde, hat diese Saison auch statistisch die drittmeisten Gegentore verhindert, was Bundesliga-Torhüter angeht und ein Transfer wäre durchaus realistisch. Jetzt fragen vielleicht einige, wieso wäre das realistisch? Köln kann ja nicht mehr einen Nachfolger verpflichten aufgrund der Transfersperre und ja, das ist natürlich richtig, aber Köln muss ja dennoch irgendwie Geld einnehmen und da sieht es finanziell jetzt auch nicht so gut aus und die Torwartposition ist, glaube ich, die, wo man am ehesten noch einen Abgang verkraften könnte. Nicht, weil Schwäbe kein guter Torwart ist, aber weil man da halt wirklich eine gute Alternative hat, denn man hat ja Jonas Urbeck an Kreuter Fürth in die zweite Liga verliehen und ich glaube, über kurz oder lang wird er die Nummer 1 beim FC werden. Da wäre meiner Ansicht nach ein Abgang von Schwäbe, vor allem beim Abstieg, aber auch beim Klassenerhalt durchaus realistisch und auch finanziell wäre es für den VfB sowohl von der Ablöse als auch vom Gehalt locker stemmbar. Neben Stefan Ortega gibt es noch weitere Gerüchte zu einem Torhüter aus der Premier League, nämlich zu dem verlorenen Sohn zu Odysseas Flarodimos. Der ist nämlich in Stuttgart geboren, hat auch immer in der Jugend für den VfB gespielt, hat dann in der ersten Mannschaft nie so wirklich die Chance bekommen, ist dann den Umweg gegangen über Panathinaikos zu Benfica Lissabon, wo er sich zu einem absoluten Top-Torhüter entwickelt hat. Im vergangenen Sommer hat er sich dann mit Trainer Roger Schmidt zerstritten, weshalb ein Wechsel zu Nottingham Forest nach England erfolgte, wo er aber nur bedingt gesetzt ist, hat nur 5 Spiele gemacht und ich weiß einfach nicht, was mit diesem Club los ist. Die kaufen jedes halbe Jahr 2 neue Top-Torhüter und spielen dann trotzdem einen anderen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Flarodimos hat trotzdem auf jeden Fall das Zeug wieder bei einem Champions-League-Club zu spielen, hat er ja bei Benfica schon, ist zudem die Nummer 1 von Griechenland, also er hat definitiv das Zeug dazu. Wäre auch eine coole Story zum VfB zurückzukehren, ist natürlich die Frage, ob er das persönlich überhaupt will und wie es zu finanzieren wäre. Die Ablöse wäre auch hier glaube ich das geringere Problem, weil Nottingham hat ihn sich auch nicht allzu viel kosten lassen. Da würde es dann eher wieder um das Gehalt gehen, das natürlich in der Premier League extrem hoch ist und in dem Fall halt auch die Frage ist, ob der Spieler das Interesse hat, das Gehalt zu kürzen, um wieder zu spielen. Aber eine interessante Option stellt er mit seiner Vorgeschichte definitiv dar. Und meine letzte Option ist jemand, den ich schon im Sommer für das VfB-Tor vorgeschlagen habe, noch bevor man dann eben Nübel verpflichtet hat und er wäre weiterhin realistisch, wie ich finde, nämlich Jannis Blaswig von RB Leipzig. Da ist die Situation so, dass er jetzt die Hinrunde als Stammtorhüter gespielt hat und auch wirklich sehr stark war, dann aber wieder nachgelassen hat, als Gulaschi wieder zurück war von seiner Verletzung. Dementsprechend ist er aktuell wieder nur die Nummer 2 und bei Leipzig plant man im Sommer einen von Gulaschi oder Blaswig zu verkaufen, da dann ja der schon lange verpflichtete Marten van der Voort aus Belgien kommt. Bei Blaswig ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie nachhaltig sind die Leistungen, die er jetzt in der Hinrunde gezeigt hat, kann er das Niveau konstant abrufen, wo man ja auch sagen muss, er war da in der Nationalmannschaft dabei, also der war da schon richtig stark. Ob es dann letztendlich für den VfB reichen würde? Ich glaube schon. Nichtsdestotrotz wäre er jetzt von den 5 Kandidaten hier wahrscheinlich schon der schwächste, ist aber denke ich trotzdem eine Lösung, mit der man leben könnte, falls man das machen sollte. Das soweit alle meine Kandidaten. Meiner Einschätzung nach sollte man erstmal alles versuchen, irgendwie Nübel nochmal zu bekommen, weil man einfach weiß, was man bekommt und es einfach derzeit gut passt. Aber ansonsten wäre natürlich ein Stefan Ortega die perfekte Variante, falls es sich finanziell umsetzen lässt und Ortega das möchte. Aber ich glaube die realistischste Variante wäre dann Marvin Schwäbe. Aber was sagt ihr? Wen von den Kandidaten würdet ihr am ehesten verpflichten? Wen überhaupt nicht? Oder habt ihr noch ganz andere Vorschläge? Wäre auch nochmal interessant zu erfahren. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!